Untertitelung des ZDF, 2020 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 America forever! America forever! Ist ein liebliches Mädchen? Ich habe niemals was Olderes gesehen, ob es echte Liebe möchte ich mich fragen, eins kann ich sagen, mich hat die Kleine im Netze gefangen, leicht wie ein Gläser von jung, mildem Weine. Edel und zierlich, schlank und manierlich, ganz so japanisch, schnippesfigürlich, tief hinter Fächern und Matten versteckt, wartet sie drauf, wartet sie drauf, dass ein Augen sie entdeckt, huscht wie ein Schmetter, liegt fluchst in die Weite, setzt sich dann wieder und lacht von der Seite, Sollte einen Verhalten, ich sagen wollte, ob's auch die Flügel ihm zerschlagen sollte. Ach, heute sind's drei Tage, doch kam sie ins Konsulat, ich sah sie nicht, doch hört sich reden sie. Und beim Klang ihrer Stimme wart wir, ich weiß nicht wie, wer so wenig und warm davon spricht, ist wohl verliebt. Die Kleine Zartel fliegt ein, ihr dürft sie nie mehr zerschlagen, nie mehr brechen, ein Gläubig Herzelein. Kräftlicher Konsul glaubt ihr, ihr nehmt es viel zu schwer, ihr habt ein Jürgen, da heuchtet sie nicht mehr. Kräftlicher Konsulatik, da heucht sie nicht mehr, ihr dürft sie nicht mehr, ihr dürft sie nicht mehr. Kräftlicher Konsulatik, da heucht sie nicht mehr, ihr dürft sie nicht mehr, ihr dürft sie nicht mehr. Amerikaner